Achtung, hängen. Okay, okay, okay. Alter, du hast das Ding geworfen, nice, Mann. Okay, Achtung. Bam! Ja, er steckt in seinem Arsch, er steckt in seinem Arsch. Die hacken doch, die wissen, dass ich da stehe. You know that I stand there. How is this principle? Warte mal, meine Scheiße, wieder warte. Alter, meine Hand durchfallen. Moin, Sentinel, willkommen im Livestream. Guck mal. Das habe ich jetzt nur für dich gemacht. Wie fühlt es sich an, so speziell zu sein? Sorry. Der hat sich auf den Schuh geschissen hinten. Aber, Monsieur, Königsbrachen, einfach mal von mir schon mal ein paar Kills für dich, dass es dir einfach mal akut besser geht. Zifas, guck mal. Zifas, guck mal. Willkommen im Fight Club. Die erste Regel des Fight Club-Lautens. Schlagt mich nicht. Schlagt mich nicht. Das ist die erste Regel. Oh, scheiße. Au. Ehmig, Junge. Roten Schuss. Einer sollte auf jeden Fall auf A gehen. Also grün oder ich gehe auf A, ich gehe auf A. Die Boys. Sie hören nicht. Warum hören sie nicht? Der geht doch jetzt nie im Leben einen Connector rein, oder doch? Nee, so blöd kann das nicht sein. Der nimmt die Bombe und läuft ganz außen rum und hofft auf sein Leben, dass auf A niemand steht. Oh, no, 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 no. Ich habe nichts gesagt. Achtung, Mails. Ich werde die ganze Zeit hier oben. Lass mal die Leiche suchen. Nein, lass mich machen. Hoffentlich ist er gestorben. Ich sage es dir. Das haut rein, du. Fuck, 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 fuck. Einer ist noch weg. Einer ist noch weg. Oh, mein Gott. Habe ich schließlich gemacht. Habe ich geklatscht, Jungs. No Sorge, ey. Mach ich euch leckeres Schmuck, du hier. So. Habe ich im Griff wieder anscooped. Was soll der Geiz? Ich weiß noch, damals. Kann man auch klippen, drei hintereinander. Ist eigentlich in Ordnung für mich, wenn ihr das klippt. Geh rein, geh rein. Hier hinten wieder rein, hinten wieder rein. Komm, 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 komm. Scheiße. Sie war es gemein. Der Rettfeld. Ach, wenn du schiffst, dann... Oh, mein Gott. Alter. Wenn man mitspielt, kann man ins Teamspeak reinkommen. Also, wenn du hier mitspielst, musst du erst mal 10 Euro bezahlen. Also, 10 Euro zahlen und dann kann man hier rein. So stellen sich wirklich manche Leute an. Also, ohne Flux jetzt. Ich sag, wenn ihr ins Spiel rein joinen wollt, ich schicke euch einen Lobby-Link per Twitch-Whisper. Dann wird erst mal gefragt, was ist ein Whisper? Wo ist das Whisper? Ich weiß nicht, wie man was kopieren kann. Dann haben sie es kopiert und dann... Ich komme nicht ins Spiel rein. Wo muss ich das eingeben? Bei Google? Es ist echt schon krass. Ah, okay. In-Game muss ich das eingeben. Wo rein? Ah, in den Browser. Also doch bei Google. Also, wenn Chifos jetzt hier den Klatsch holt, dann verspreche ich euch eins. Ewiges Glück für uns alle. Sorry, boys, da bin ich. Das war aber knapp. Mensch, okay. Okay, der Bass ist schon sehr geil. Ich sag mal so, das ist, äh, Skill. Au! Okay, warte, warte. Nice! Okay, pass auf. Guck genau auf die Hände. Er wischt sich ab und... Ah! Das schloss dein! Vielen Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Lasst es mich wissen, wenn euch das Video gefallen hat. Und der Knife-Gewinner des YouTube Knife-Giveaways ist It's Magix. Schreib einfach bitte unter dieses Video, das du mitbekommen hast, das du gewonnen hast. Und dann werde ich dich um deinen Trading bitten. Yay! Ich hab das geschenkt. Danke. Danke. Hier.